leute geht mir das auf den keks ja schießt schön wieder mit der munition rum esel seit gestern ich weiß nicht was das ist aber obs stürzt nonstop ab die ganze zeit die ganze zeit stürzt es ab jedes mal muss ich von neu anfangen weil es mir so auf den dach geht zum glück gehe ich überall schon speichern ich laufe ein stück und speicher weil ich immer wieder zwischendings hier neu anfangen muss ich war da unten nicht mal 100 meter weit entfernt da habe ich gespeichert wenn ich hier hochgelaufen satze hängt sich aufgesetze meine ganzen aufnahmen alles für den arsch jedes mal muss ich neu anfangen regt mich richtig auf also machst du richtig lustige zähne so rein weil ich die leute hier abknalle und dann kommt nur kacke bei raus die gräber habe ich gerade aufgemacht meint ich habe jetzt bock schon wieder gräber aufzumachen nein ich habe keinen bock mir satz ich laufe jetzt einfach los weil ich will auf links hier auf mountain aber das regt mich so weiter warum ist die ganze zeit abstürzt ich habe die ganze zeit nebenbei noch gestreamt alles sonst wunderbar funktioniert sonst alles wunderbar jetzt spinnt es auf einmal richtig hardcore rum ich weiß nicht warum aber ist mir auch egal weil ich mache jetzt nicht mehr mir egal hier bin ich auch gerade lang und es ist so aus wie so eine höhle wo du rein schwimmen kannst ich zeige es euch mal von hier oben da schau da ist wasser dann kannst du da so lange schwimmen ich dachte da geht es vielleicht irgendwo in eine höhle oder so aber das ist nur so ein kleines stückchen wasser gelagert ist gesetzt kein eingang von der höhle oder so wenn du runter tauchst alles weg dann bin ich hier oben lang gelaufen dann kommt hier gleich gesetzt so ein eier nest und eiertypen wieder wieder wohnen man das nervt mich jedes mal da schau da sind sie das ist jedes was willst du schreckt mich nicht so ich brauche euch nicht idioten auf den keks hier ein schönes großes zelt da wohne ich jetzt plätten esse ich gleich da ist noch einer willst du was er braucht sich gar nicht wegrollen wie so es ist es nervt mich so total einfach mal meine ganzen aufnahmen weg das ist so lästig ist leider schöne dings hier nudeln futtert sich hier einfach überlegen mache ich alles kaputt oder dass ich den jetzt einfach mal alles kaputt wie immer ich schaue alles kurz und klein da 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 zumindest die zelte war so richtig nervig geht mir richtig auf den keks richtig nervig wenn ich hier schon aufnehmen will jetzt habe ich es geschafft in fast über einer stunde ein video was 15 minuten lang ist und gott sei dank habe ich davor wie gesagt so schon einmal unterbrochen also sprich einmal kann gemacht weil das ist richtig nervig jetzt bin ich nicht ich mich extra nicht dass ich hoffe dass irgendwie jetzt gerade daran liegt aber ich habe nachher schnell obs gesetzt glaube ich einmal komplett runterhauen und neu installieren so weil das ist ja gestern so ich habe gestern in streamlabs umgefummelt welchen chat eingefügt habe und sowas alles und jetzt auf einmal kakt ist so rum also kein plan vielleicht liegt es auch daran aber das ist nervig da ist ein kleiner hase das stimmt genau siehst du jetzt weiß ich was ich machen wollte das nächste doch habe ich daneben geschossen ins roland kriegst du morgen am kopf geschmissen da müssen wir dann Nauthendor Da steht das so bald wird war gerade einfach so bären pflücken 1978-w Typ, ich bringe einfach die armen friedlichen Menschen um. Das ist mir zu laut am Wasser, ich hasse es. Hör ab. Jetzt wird es hier hoch. Schauen wir mal nach, was es da oben so schönes gibt. Also cool haben sie es schon gemacht. Aussicht, Bäume, alles satt. Also wirklich richtig nice. Das ist mir schön, dass es hier aussieht. Jetzt gehen wir hoch. Auf geht's Leute. Wir übersteigen den Berg. Hey Zwerger! Hey Zwerger! Ich wissen wo du da! � Scheiß Ding hier an. Das haben sie schon geil gemacht. Hammer. 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 Du bist Hammer. Du bist so sexy. Ich mag dich ausessen. Oh. Diese Hammer. Wie du aussiehst. Wie du dich bewegst. Knuddel dich. Ich muss jetzt leider hier schon mal ein Lager aufschlagen. Ich habe leider das blöde Gefühl, dass ich gleich hier wieder Dings hier abmühe, weil OBS rumkackt. Sicher ist sicher. Wollen wir uns mal hier ein kleines Dörfchen mit Plätzchen in hier. Hallo. Aha. Ich kann hier nicht schlafen oder was? Hier da. Das sieht doch judig aus. Lass mich raten. Ich habe jetzt keinen Stock dabei oder was? Nein. Jetzt soll ich einen Stock holen oder was? Ich sollte noch gleich einen Stock mehr mitnehmen, weil sonst haben wir nämlich wieder ein Riesenproblem. Klar, ich brauche einen Stock. Wir haben noch einen guten Stock. Ja, den Stock auch noch mit. Wir brauchen ja mal zum Schläfern. Und weil sie da mal schon spontan hier wird aufbauen müssen. Das wäre natürlich ganz wichtig. Dass wir da schlippischlappischluppi machen können. Das mit der Aussicht. Weißt du, stehst du morgens auf, kommst du aus dem Kackhaus raus. Oder baust dir die Toilette direkt hier so hin. Und dann immer schön hier so oben direkt hier die Toilette so. Und dann wurstest du hier so ab. Okay. Speichern hier. Das machen wir jetzt mal so. Ich speichere jetzt nämlich mal eins hier vor. Dass ich von hier unten hier setze, falls was sein sollte. Und das wieder abschmiert. Kann ich nämlich von da unten anfangen. Und hab aber da wenigstens nichts hier. Mann, Scheiß. Das ist aber schon so ein Kletterer, ne? Er klettert hier einfach auch. Das ist schon ein krasser Typ. Fragst du, warum liegt so Schnee? Ich fahre hier gleich mit meinem Schlitten runter. Uhuhu. Geil. Schau dir das an. Direkt von hier oben einfach runterspringen. Tod. Krass. Uhuhu. Das ist ne Höhle. Dieses Knacken des Schnees. Cool gemacht. Weil es ja im Reel auch so ist. Weil ich gehe ganz nah nach oben. Was ist denn das? Ah, nice. So, kann ich hier sogar nochmal speichern. Perfekt. Doch. Macht den Müll, Müll, Müllig. Da ist die Höhle. Eine Eishöhle. Die Dodos macht euch auf der Eishzeit bereit. Schnur habe ich genug. Brauche ich nicht. Dosen anscheinend auch. Ja, ich habe es verstanden. Dosen habe ich genug. Brauche ich nicht. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Hier rein stürzen. Ja, klar. Da passiert gar nichts. Das ist ja ein Scheiß. Ja. What geht ab, Alter? So, jetzt gehen wir in die Höhle. Jetzt können wir schon eigentlich hier oben speichern hier. Komm mal, zack. Jetzt gehen wir in die Eishöhle. Falls es überhaupt eine tiefe Höhle ist. Jetzt machen wir mal auf jeden Fall das hier. Ach, doch nicht die Scheiße, du Esel. Taschenlampe. Geh mal rein. Geh mal rein. Eiszeit. Höhle, Höhle. Eiszeit. Ach, das war schon. Aha. Okay. Also, für den Scheiß hättet ihr mich jetzt noch nicht hier reinbringen müssen. Ich glaube, die sind da vorn. Nehmen wir ein Tuch. Also, ich glaube, die sind da vorn. Das war schon mit der Höhle. Na gut. Das war es mit der Höhle. Das war eine Höhle. Eiszeithöhle, Höhle, Eiszeit, Eiszeit, Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Ich möchte einbrechen, einbrechen, einbrechen. Aha. Okay, Leute. Das ist die nächste Aufgabe. Ich gehe da hoch. Da hoch gehen wir jetzt. Da hoch. Auf geht's. Da läch. Da hoch. Untertitelung des ZDF, 2020